wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play video 3 blood and wine mit paxis wir müssen gleich wieder gegen blöde arschespuren kämpfen die scheiße sind und dafür haben ja wieder zwei oder ach ich idiot wenn der einzieht muss ich aufhören sonst habe ich wieder stress mit den knosten und die ziehen am meisten ab nur eine arschespur das wäre natürlich cool da komme ich nicht so gut hoch nur eine oh geil nice danke dann war es doch nicht so schwer was das soll warum er jetzt immer stundenlang wartet das war auf jeden fall ich weiß nicht ob es bei hearts of stone schon so war ich glaube nicht ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber bei dem hauptspiel wird schon drei wasser nicht so wer da nicht die stunde meditiert ist ne war drei merkwürdige holzfälle aus dem wald gekommen die aussagen wie banditen nun war das dorf wieder besetzt bums aus nikolaus wobei ich sehr cool findet das immer noch so eine geschichte mit auf dem leichenwagen drauf ist der quasi so ein bisserl erzählt was passiert ist wo ist er denn da drüben was geht hier vor leste mit dem siegel von liam de coronata bogdan wir müssen außergewöhnliche vorsichtsmaßnahmen treffen wir wissen immer noch nicht wo diese riesigen parasiten herkommen stell deshalb zusätzliche wachen auf lass tag und nacht was ist mein blödes geräusch hier lass tag und nacht fackeln brennen und lass die feuer nie ausgehen denn diese wilden pflanzen mögen kein feuer vergiss nicht dass unser herbarium bald wichtig ist ohne die aromen die du uns besorgst können wir die produktion des gewürzweins niemals fertigstellen in dem wir so viel hoffnung gesteckt haben ich weiß die männer haben angst und wollen nicht arbeiten doch statt den stocks von dem du öffnen sich offensichtlich sehr gern gebrauch macht solltest du den leuten sagen dass ich den lohn auf zwei kroner höhe und dass sie sich außerdem am ende der woche in der küche melden können um eine pfanne ein paar t zu halten wo wie nett was geht hier vor was oder wir können das ist irgendein nerviger vogel glaube ich der ist das blöde geräusch macht dann nehmen wir nämlich logischerweise das fragezeichen als nächstes ist auch gar nicht so weit weg da können wir hinrennen und wir können doch dieses häuschen im wald anschauen banditen das ist doch kein häuschen das ist eher so ein lager unterstellt irgendwas mal wieder ein paar banditen hallo na toll es hat sich ja richtig gelohnt der angriff einfach gar keine chance hat sehr geil dieser starke angriff ich setze den immer so falsch ja ok du willst zuerst sterben dann stirbst du halt zuerst ganz langsam wir wollen nichts überstürzen komm her konter mitten ins herz mitten ins herz so wie er es braucht scheiß bandit und ne zwiebel was ist sind das die zwiebel banditen ist das die zwiebelbande oder was also ich finde dies ich weiß nicht wie zur hanse gehören aber weil sie zur hanse gehören sollten sie sich von hansebande in zwiebelbande umbenennen also das gibt es doch nicht dass die alle immer irgendwelche bekloppten zwiebeln mit haben was wollen die mit einer rohen zwiebel also ich verstehe es nicht so oft erscheint am meisten vorzukommen tagebuch von einer weltreise und zweimal schweinefleisch tag eins der expedition ich konrad feit werde das unmögliche verbringen in 80 tagen durchreise ich den gesamten kontinent von caravista bis land exeter ich lache der gefahrens gesicht und verachte die kleinen leute die immer fort von fehlschlägen und katastrophen faseln ich werde meinen gegnern beweisen dass es ihr größter fehler war gegen mich zu wetten für für den sie in nilfgardischen florenzahlen werden tag 6 der expedition ich bin noch immer im blu claire meinen ursprünglichen plan nach hätte ich die stadt ohnehin umgehen müssen denn ich liege schon zwei tage zurück doch verflucht sei alles mir fällt der hintern ab von den endlosen stößen der teuflichen wagenbank zwieback und dürrfleisch kann ich nicht mehr sehen ich habe etwas luxus verdient ich werde daher die berühmte fassanerie aufsuchen tag 8 der expedition ich habe in der fassanerie neue freunde gefunden allesamt liebhaber des abenteuers sie haben gefallen eine idee hinter meiner expedition gefunden und wollen mich begleiten morgen brechen wir gemeinsam auf zu sagen einer meiner neuen begleiter schlug vor buclair sofort zu verlassen und außerhalb ein lager aufzuschlagen dort können wir meine vorräte inspizieren und die weiterreise vorbereiten tag 9 der expedition wir haben unser biwak aufgeschlagen alles ist inspiziert die finanzen gezählt bis zum letzten körper zu sehen verlädt verludt alles auf einen wagen und bereitete die pferde vor nun sitze ich am feuer trinke esst es und genieße einen entspannten abend das leben ist schön so ein leichtgläubiger volletiot oder es waren einfach nur irgendwelche verdammten banditen was im wasser irgendwelche verdammten banditen die ihn ausgeraubt haben nachdem sie das ist ein quest das sind banditen krass achso und der versucht weg zu rennen weil er weg zu gehen weil er weil er denkt dass er dann mich mit dem bogen irgendwie nerven kann äh du sollst genau er war aber ziemlich schwer bewaffnet also da war ein fetter montur dieser bandit aber was die ach zwiebel klar die zwiebelbande was sie da gemacht haben haben die gewartet dass das jemand kommt ach ist es der wagen von dem weltreisenden kann es sein schlaume, birne, silberbarn, meister rüstung, schön aber ich brauche schon mal meister waffen fällt mir ein wir müssen mal gucken das müsste doch eigentlich langsam ach ne quatsch wir hatten ja erst alles reparieren lassen bei einem ähm scheuklappen der 5-Ritter-Tugenden scheuklappen der 5-Ritter-Tugenden wo war das denn nochmal? ich vergesse mal wo das drin ist hier 60 Panikstufe, 60 Panikstufe ja dann können wir ihm auch das geben sieht glaube ich cool aus das war's okay ja das ist bestimmt der wagen von dem weltreisenden gewesen wobei ich nicht ganz verstehe warum der jetzt im wasser liegt also warum ist denn der da runtergefahren merkwürdig egal wir haben noch nicht mal die kiste hier eingesammelt wo ist die denn eigentlich? da oben ziemlich großes lager was sie da aufgeschlagen haben ist das alles von dem weltreisenden gewesen? sie hat ja ziemlich kohle gehabt haben unvollendeter Brief und Schlüssel zu einer Reisekiste Filibert wie du befohlen hast sind wir zu Konrad Veits Expedition gestoßen Veit ist wirklich ein erzdämlicher Lackl er wollte alleine von Caravista bis nach Landexter gelangen und unterwegs noch nicht einmal Handel treiben er hat mir irgendwann er hat mit irgendjemandem gewettet dass er es in 80 Tagen wie sein Ziel schafft den wagen hat er gerammelt voll mit Vorräten und am Kutschbock hing ein dicker Koffer voll mit Nilfgardischen Florin wir zechten die ganze Nacht auf seine Kosten in der Fasenerie ich habe immer noch zurückbrennen er hat keinen Moment gezögert uns bei seiner Expedition mitmachen zu lassen und unser Vorschlag für der Stadt ein Lager aufzuschlagen hat ihn nicht im geringsten misstrauisch gemacht fast hätten wir unsere Arbeit erledigt ohne uns auch nur die Hände schmutzig zu machen aber leider hat Zutzenen den Hammer nicht fest genug geschwungen um ihm den Schädel richtig einzuschlagen der Idiot wie wohl besoffen schrie und tobte und die Pferde gingen durch zu allem Überfluss waren sie auch noch eingespannt und zogen den Wagen schnurstracks in den See wir wollen so schnell wie möglich von hier verschwinden weil es hier von Rittern und Herzogs Wachmännern wimmelt aber es ist wie verhext nun steckt auch noch unser Wagen im Schlamm fest ein großer Tintenflex macht den Rest des Berichts unlängerlich wie immer ist das jetzt in acht Tagen ja das ist ein Nebenquest nehmen wir die Sachen mal mit die braucht er ja sowieso nicht mehr ist er leider tot gucken wir mal nach oben nach ich glaube das haben wir noch nicht eingesammelt das brauchen wir aber auch nicht einsammeln das ist schon eher was zu essen also eher am liebsten eine rohe Zwiebel mit Schale und danach trinke ich am allerliebsten in Liter Essig richtig geil gut ich wollte gerade sagen wir hätten ja vorhin schon mal hier tauchen können aber da hätten wir ja gar nicht den Schlüssel gehabt von daher hätten wir es gar nicht geschafft die Truhe aufzumachen doch die ist ja richtig krass versteckt oi 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 das war knapp wie noch lieber Patete 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 ach jetzt müssen wir wieder das Quest auswählen aber schauen wir erstmal naja hier werden eh nach haufen Fragezeichen sein da komme ich hier nochmal hin da brauche ich denke ich das hier nicht machen hä? und wir müssen das andere Quest auswählen ach so das gehört dazu ach verdammt ja gut da müssen wir dann natürlich hingehen sorry dann gehen wir da jetzt zuerst hin ja wenn das natürlich dazugehört dieses Fragezeichen dann dann bleibt uns gar nichts anderes übrig als das auch zu machen dann machen wir es direkt kann man hier laufen oder ja ja oh liegt da oben was rum oder ist das ein Tier? das war ein Tier okay ich dachte das wäre ein Sack oder so ich habe schon den Reichtum gerochen was ist denn da los? was sind das für Monster die da aufpassen? Pita Patete Flussübergang die Monster scheinen auf jeden Fall schon ordentlich Rabatz gemacht zu haben Färbemittel immer gut sind verdammt viel wert warum weiß ich nicht brauche ja eigentlich niemand oh das sind doch zwei na mir fällt der Name nicht ein tollwürdiger Fels Troll oh fuck zwei vor allem alter das ist ja also das ist ja schon nicht wenig wie wäre es denn mal wenn wir den direkt töten könnten? wenn dieser Effekt mal jetzt kommt ok da stellt sich irgendwie nicht wirklich schlau an muss ich zugeben aber er ist fast tot leider hat er ist tot und das war so ein direkter Tötungsschlag meiner Meinung nach weil der hatte noch zu viel Energie aber das habe ich halt gemeint er war ja fast tot er hatte ja fast keine Energie mehr das ist halt dann blöd wenn man diesen direkt Tötungsschlag einsetzt oder der halt durch Zufall kommt wenn wenn er sowieso schon fast tot ist das ist halt scheiße aber das kann halt passieren ja der war geil der direkt Tötungsschlag war geil der war richtig geil weil er nämlich noch viel Energie hat sehr geil fällt mir ein ich wollte sowieso noch mal gucken dann haben wir noch zwei Punkte was wir als nächstes nehmen also das brauchen wir auf jeden Fall das können wir wegnehmen mit dem Überlebensinstinkt der ist nicht so wichtig Krafttraining nächste Stufe was ich mir auch überlegt habe man könnte natürlich auch diese Täuschung die könnte man ja auch nur nehmen wenn man sie braucht im im Gespräch das würde ja auch funktionieren aber ich denke nehmen wir erstmal das mit dem Überlebensinstinkt weg ich meine das sind 500 Vitalität wie viel haben wir Vitalität was wir haben insgesamt 3662 ne das ist Plus oder das ist Plus und dann meine ich irgendwo sehen wie viel man insgesamt hat naja ist egal auf jeden Fall die 500 machen es halt jetzt auch nicht fett von daher aber es ist die Frage was nehme ich denn was nehme ich denn das ist das Entschlossenheit wenn Schaden erlebt wird ist der Adrenalinverlust und war das ist egal naja das haben wir rausgenommen ich habe halt überlegt ob ich einfach sowas mache aber ich nehme so selten in starken Angriff den nehme ich zum Beispiel nie wenn ich gegen Monster kämpfe dass es das eigentlich gar nicht lohnt das einzusetzen fällt mir gerade so ein Paraden zum perfekten Teilpunkt reflektieren Pfeiler ist halt auch Rotz brauche ich nicht kritische Treffen wieder das ist auch Schrott brauche ich also ja ich glaube ich brauche einfach gar nichts anderes von den Sachen ich überlege halt ja ich glaube davon nehme ich auch gar nichts ich glaube Alchemie brauche ich auch nicht also das ist auch nicht so richtig Stoffwechsel falls noch viel mehr werden Adrenalinverlust die Vergiftungsverlust von Tränken ok ja Macht oder Macht findet man irgendwie fast gar nicht mehr Wutkontrolle ist die aktuelle Auslaut zu niedrig können Zeichen mit Hilfe von Adrenalinpunkten gewirkt werden Du kannst einen tüterlichen Arm bevor du nachladen musst Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität oh das ist krass aber brauche ich nicht unbedingt vorzutechnische Pyrotechnik wenn die Explosion einer Bombe schaden würde da hältst du oh Gott du bist immun gegen die Wirkung von Bomben und Spezialbolzen Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden und die Zeichenintensität Adrenalinpunkte erhöhen die den Waffenschaden und die Zeichenintensität das ist natürlich gar nicht schlecht der ursprüngliche Effekt von Kriegstrauens wird aufgehoben und lassen wir jetzt die Chance auf krägliche Treffe um 8% pro Adrenalinpunkt erhöht der Bomben Schaden ist um 200% erhöht durch die Anzahl der Bomben auf den Plätzen um 50% verringert gilt nicht für Bomben die keinen Schaden bewirken das maximale Angriff ist die beste Verteidigung jede Defensivaktion erzeugt Adrenalinpunkte Parade 0,1 Punkte Konter 0,4 Ausweichen 0,3 Rollen 0,2 kann nur einmal alle 5 Sekunden aktiviert werden ok ja ich weiß nicht so recht wenn ich ehrlich zugeben muss Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden und die Zeichenintensität das klingt ja eigentlich ganz gut ich glaube das mache ich mal haben wir zwar ein bisschen weniger Energie aber ich glaube das ist nicht so schlimm so Brief an Cosmo Xyrill Bruder genug des Zögerns des Ärgerns der Schuldgefühle Liam de Coronada zahlt dir so gut wie nichts und du hast eine Familie zu ernähren also tu was ich dir sage belade einen Wagen mit Fässern dieses neuen Gewürzweins und verlasse nachts leite das Weingut wende dich mit dem Wagen nach Nordwesten und sobald du den Fluss überquert hast wirst du dort von Männern erwartet gib ihnen die Fässer sie müssen diesen Wein wirklich unbedingt wollen denn der Vorschuss ist ein wunderbarer schwerer Beutel aber sei vorsichtig denn im Bläsurtal sind zwar abscheuliche Felsdrolle auf der Jagd du fragst dich sicherlich wie die Treue dahin geraten sind sie wurden importiert für das Turnier damit die Ritter zum Vergnügen der Menge gegen sie kämpfen aber sie sind dem Transport entkommen und ziehen nun Murden durchs Land PS versteckt den Anteil des Vorschusses den ich dir geschickt habe denn wenn jemand das Geld bei dir findet werden Fragen gestellt und unser schönes Geschäft endet schneller als es begonnen hat mein persönlicher Rat vergrabe es in einem Misthaufen das wird keiner suchen ok ich finde das geheilt im Misthaufen guck mal wo das what warum ist denn das so weit weg ooooh na herzlichen Glückwunsch dann würde ich sagen machen wir das Fragezeichen erstmal auf den Weg legt und gehen dann zum Misthaufen das Fragezeichen ist hier das ist auch automatisch ein Quest von der beiden Fäder oh 300 da können wir ruhig mal reiten Plötze aus dem Wasser geritten gekommen nice achso deine Scheuklappen deine neuen wie sieht das geil aus von der Seite sieht irgendwie nicht so cool aus aber ich habe jetzt auch keinen Bock abzusteigen um jetzt von vorne anzugucken ist auch nicht so wichtig Plötze gefällt sonst hat das nicht angezogen zum Glück flaches Wasser ja nicht wieder die Spuren wisst du was wir machen genau jetzt machen wir wieder Schluss dann haben wir nämlich das gleiche beim letzten Mal dass wir bevor wir gegen die Pflanze kämpfen eine neue Folge anfangen in diesem Sinne bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal